So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4! Ich hör jetzt was in die Toll Become Human reingerutscht, dann ist es zu 4 tatsächlich. Wir machen wieder ein bisschen Rallysport mit dem letzten Rennen. Damit herzlich willkommen zum Start in die neue Woche an diesem Montag. Nachmittag heute um 14 Uhr. Ja, geht heute weiter. Also, Stay Little Wind Farm. Long Descent 10,82 Kilometer. Das letzte Rennen in diesem Event. Es ist so, wie wir das auch schon am Dienstag gehabt haben. Da haben wir ja auch ein langes Rennen gefahren zum Abschluss nochmal und alles drum und dran. Aber da muss ich auch sehr viel vorbereiten. Das ist jetzt deutlich weniger geworden. Es wird aber demnächst wieder ein bisschen was mehr werden, weil ich wieder demnächst auch nochmal vier Tage weg, vier Tage, fünf Tage weg bin, wo ich da noch Videos vorbereiten muss. Oh, ne, ne, das heißt also auf jeden Fall. Ja, guck mal mal. Wenn wir uns einen guten Ruf erarbeiten, können wir am angeseheneren Events teilnehmen. Hm. Vier, drei, zwei, eins, los. Let's go. Links sechs, mittig halten, überpuppe, 80. Achtzig durchsenke. Mittig halten, übersprung, 200. Links fünf, links drei, überpuppe. Rechts sechs, überpuppe, 150. Links fünf, links drei, überpuppe. Rechts sechs, überpuppe, 150. Links fünf, links drei, überpuppe, nicht schneiden. Rechts sechs, überpuppe, 156. Bissi konzentrierts jetzt gerade hier wieder so ein bisschen selber, da zehn Jahre. Ich habe versorgt, der Abstand ist nicht groß. Rechts vier, überpuppe, durchsenke. Mittig halten, überpuppe, 60, 80 durchsenke. Mittig halten, überpuppe, 60, 80 durchsenke. Ich meine, das ist jetzt eine Sekunde, die wir jetzt haben. Links fünf, überpuppe. Rechts sechs, kuppe, in links sechs, durchsenke. Links fünf, rechts halten, überpuppe, links sechs, in offener kehre rechts, lang, durchsenke. Links vier, rechts drei, in links zwei, links sechs, offener kehre links, innen halten. Wenn wir sie Gas geben, aber halt jetzt, immer noch diese Sekunde, jetzt haben wir ein bisschen was ausgeholt und Zeit. Überpuppe, links fünf, rechts sechs, rechts drei, nicht schneiden, in links zwei, durchsenke, in rechts halten, durchsenke. Links vier, überpuppe, nicht schneiden, rechts fünf, 60, überpuppe, sofort auf eine kehre rechts, innen halten, rechts sechs. Das sind sieben Sekunden mittlerweile. Links sechs, wir haben jetzt ein bisschen mehr ausgeholt und Zeitung. Links fünf, links fünf, rechts steigen, rechts drei, überkreuze, 80, links sechs. Upsi. Da haben wir kurz drüber, dass wir alles irgendwie, wenn wir sich aber nochmal verbinden, neue. Links vier, links sechs, rechts fünf, links fünf, überwende. Achtung, Kuppe, rechts eins, links vier, links sechs, rechts fünf, links fünf, überwende. Achtung, Kuppe, rechts eins, links vier, rechts sechs, links vier, rechts drei, links sechs, überpuppe, links drei, durchsenke. Achtung, mittig halten, überpuppe, 60, in offener kehre, rechts lang, nicht schneiden, 60, durchsenke. Links drei, überpuppe, rechts sechs, in links zwei, lang macht auf, überkreuze, 60, rechts halten, überpuppe, links drei, wegschneiden, rechts vier. In links sechs, nicht schneiden, runter, Kuppe, rechts sechs, überpuppe, links sechs, überpuppe, rechts sechs, überpuppe, links fünf, links drei, überpuppe. In links sechs, überpuppe, links fünf, nicht schneiden, rechts drei, nicht schneiden, überkreuze, 80, rechts sechs, durchsenke. Let's go, let's go. Rechts sechs, durchsenke, rechts vier, Kuppe, vielleicht sprung, rechts sechs, überpuppe, rechts zwei, links drei, rechts vier, in offener kehre, links, lang, durchsenke. In rechts sechs, links halten, überpuppe. Upsi, da wollte er wieder ein bisschen außerhalb, beziehungsweise runter. Kuppe, sofort rechts zwei, nicht schneiden, in links eins, rechts halten, überpuppe, links zwei, lang. Achtung, Kuppe, sofort rechts eins, links fünf, rechts halten, überpuppe, links sechs, überpuppe, links sechs, überpuppe, links vier, links vier. Ich muss halt auf 39,2 Sekunden, in die Rechte, rechts, lang, durchsenke. Links vier, rechts drei, in links zwei, links eins, kuppe, nicht schneiden, links eins, kuppe, nicht schneiden, links eins, lang, macht auf, nicht schneiden. In links zwei, kuppe, 60, links sechs, rechts fünf, links fünf, überpuppe, Achtung, kuppe, rechts eins, links vier, rechts sechs, links vier, rechts drei, links sechs, überpuppe, rechts sechs, rechts steiden, links vier. Rechts sechs, durchsenke, links vier, durchsenke, links vier, durchsenke, links sechs, mittig halten, überpuppe, Achtung, rechts zwei, in links vier, überwählen, nicht schneiden, rechts drei. Links vier, rechts sechs, 60, rechts sechs, links fünf, überpuppe, rechts sechs, kuppe, in links sechs, durchsenke. Links fünf, links fünf, rechts vier, überpuppe, links halten, durchsenke, rechts zwei, durchsenke. So, hier haben wir hier mit den hohen Geschwindigkeiten im schädlichen Wald, muss ich aufpassen, das werde ich hier zwei, drei, in rechts schneiden. 60 überpuppe, links halten, überwählen, bis ziehen. Hier sie, sieben und zehn, haben wir gefahren. Und meine Vorstellung von einer Minute, über einer Minute jetzt hier. So. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Jupp. Alles soweit positiv, wir sind also klar durch. Mit dem Endergebnis. Und wir haben Level 44 und sind umjubelt. Und war es denn des Wortes. Gut, den dritten Teil aus Australien, das tun wir uns dann auf jeden Fall in der Lauf dieser Woche an. Und da freue ich mich, wenn er wieder mit dabei sein würde bei Let's Play Dirt 4.